Also war der Crime wegen der drei Hosen gekommen und das Abenteuer war bereit für sie. Amadeus sorgte sich um seine Familie, während Pontius sich auf ihre neue Aufgabe freute. Soja stellte sich natürlich vor... So, mit diesem wieder mal misslungenen Start zum zweiten Mal jetzt begrüße ich, wir, euch recht herzlich zu einem Let's Play Together und zwar von Trine 2 für die Let's Play Woche. Und wir sind nicht alleine, sondern mit Whitefeelings Hallo. Genau. Okay, ja, wir wurden zugelost und deswegen haben wir uns jetzt für die Spiele entschieden, weil das perfekt zu dritt geht. Ja, dann müssen wir mal los. Wohin hat Trine uns gebracht? Sehen wir uns etwas um und finden es halt. Wir haben es eben schon mal gespielt, aber der Spielstein war nicht direkt. Oh, shit. Ach, ich mach jetzt einfach mal hier. Ja, klar. Ja, sterb ruhig. Nein, nein. Scheiße, das war so klar. Ich bin tot. Okay, super. Ja, ich weiß halt, ob ich nicht gleich hinterherkomme, irgendwie. Mensch, 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 wenn wir mal wieder alles an mir hängen. Ja, hängen, haha. Deswegen sage ich jetzt einfach mal gleich, dass wir das Spiel nicht nur die 30 Minuten spielen werden für die Let's Play Woche, sondern auch komplett durch. Warte, da unten, das Ding da. Das Ding da? Ja, da ist nur wieder alle da. Ja, dieses Ding hier unten, da. Wie kommt man hier dran? Nee, 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 das soll. Wie kommt man da dran? Ach so. Aha, das wird so. Gut. Und dann ist es noch eins, ne? Ja, dann, du kannst das Blatt einfach runterziehen, da brauchen wir keine Kiste, dann für einfach anstehen. Ja, schmeiß die Kiste auf mich. Ja, gerne. So, ich will jetzt mal wieder leben. Hallo, kriege. Ja, jetzt wahrscheinlich, oder? Ne, hallo? Und sicher nicht. Und man, wahrscheinlich auch schwer spielen, oder so. Ja. Ey, da oben sind ja ganz viele von den Dingern. Ja, ich sag mal, hier eine Haufliefe, die fallende Kisten. Und ich werde auch hoch. Oh, das ist aber ganz schön viel, ja? Wo hin? Wo hin? Links, 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 rechts, 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 runter, oder? Rechts runter hier, das. Und jetzt hoch noch, da oben ist noch. Ah, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Okay, gut. Komm. Hoch, 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 hoch. Und hab jetzt nur noch da oben noch. Wieder, oder? Wie, da ist dann? Kommst du dran? Und ich muss erst wieder hoch. Ich bin nicht mehr drauf. Ja, warte, ich. Da mal rein. Okay, jetzt. Warte, hoch. Hoch. Und jetzt nach rechts. Rechts. Alles klar, das gleich weiter. Ja, nur diese Teile. Ich glaube, weil das geht auch einfacher, aber... Na ja. Nee, umständlich wäre es besser. Ich bin dran. Nein, ja, ich bin dran. Da oben ist noch was. Da, oder? Ey, bis dann? Ich bin nicht dran. Hä? Das heißt, ich hatte das doch eher noch. Ich sollte immer noch besuchen, ob das auch mein Karton. Au. Oh, schöner. So, dafür kriegst du ein. So. So, und dann. Ich bin, ich bin, ich bin. Ja. Wir haben einen Levelaufstieg. Haben wir auch so schnell schon? Ja, das ist noch von dem davor. Von dem davor. Ach, stimmt. Von dem. Ja, da brauchen wir dich. Ja, und du fällst runter. Ja, toll. Ich würde es nochmal als Skillpunkt verteilen, und zwar sorge ich dafür, dass unser Zauberer-Monster schweben lassen kann. Genau, damit er uns auch im Kampf unterstützen kann. Ja. Genau, und nicht nur ein Gegner Kischel auf den Kopf werfen kann. So, ich habe auch mal den Weg frei. D Guitar, ich kann aber total nützlos ausgebildet werden. Ich kann gar nichts machen. Ich kann nur Kisten beschweren, das ist auch nicht viel Bögel. Der ist genau, denn du machst du mal wieder so, dafür kriegst du die Kiste. Hallائackаков, was am Lietz只ckert. Hallo? Ach, ich gucke Dicken! Nicht mich! Da, lass dich schweben! Ja, ich bin gleich, ich bin schon tot! Ja, ich bin tot! Weil er mich gekochen hat! Ist er tot? Ja! Ey, ich schwebe! Gut, na, was sagt sie jetzt? Ich bin auch wieder da! Wir müssen das grad noch tun! Los, schweb! So, von ganz oben fallen lassen! Es bringt doch bestimmt was irgendwie! Ne, das fällt ja nicht! Headshot! Ne, nicht ganz! Ja, komm! Noch einer! Ah! So, alleine! Ja, klar, ich! Der Zauberer alleine! Ja, gut, ne, das... Ja, wer wollte auf schwer spielen? Ich! Am letzten Checkpoint! Ja, am letzten Checkpoint! Ja, toll! Und ich bin gleich wieder tot! Ah! Ja! Ja, du sollst auch nicht vorennen! Ja, die waren einfach da! Die waren einfach da! Die waren einfach da! So, rück mal vor! Ja, ich rück mit meinem Monster hier vor! So! Geht doch! So! Ja, eh! So! Ich mal die Kiste hier hoch! Ja! Jetzt! Irgendjemand drauf! Unkomplizierte Aufgabe! Teamwork! Ja! So muss das sein! Okay, hat der eigentlich auf die Uhr geguckt? Von wegen 30 Minuten? Ja, ja! Ich, äh... Ach, da muss... Okay, gut! Ja, genau! Und da muss die Kiste drauf! So! Und nächstes Mal beim Kampf könnten wir das ja mit Teamwork machen und so! Ach! Ja, oder die Kiste einfach so, oder? Wie, hä? Ja! Kommt man da nicht hoch? So! Und dann kommt man... Ja, und dann... Ja, toll! Lassen wir dich mal mit der Kiste hochschweben, am besten! So! Ja, und dann tust du... Tu ich's... Ja, und dann tust du die Kiste mal da drauf und beschwörst dir noch eine! So! So, 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 so! Und zwar eine wirklich große! Ach, die kann man... Äh... Ja, desto größer du das passtest! Ja! Hm! So! Wir haben Zeit! Doch, nein! So! Oh! Ne! 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 Die ist genauso groß wie vorher auch! Nein! Komm! Nein! Ja, vielleicht ist es so schwer! Komm mal mit drauf und dann... Ja, jetzt... Ja! Scheiße! Komm! Ich steh runter! Ja, ich schieb die Kiste mal ein bisschen weiter nach da, so... Ja, okay, gut! Da muss noch jemandem hoch... Hier ne Kiste! Wir brauchen mal dein Schild, hier! Ja, Moment! Erstmal hier oben, da... Wir müssen in die Stacheln schen! Schon nach rechts! Bam in die Stacheln! Und jetzt, man kann so noch nach rechts, oder ist der fest? Ja, okay, gut! Okay, jetzt... So, alles klar! Gut, okay! Da! No! Oh, jetzt schild schild voran! Äh, B-B-B-B-B-B-B... Angst! Angst, ja... Kein Problem... Aber, warum, warum, dass er nicht gegenkommt? Stiftung ich habe es geschafft gegen zu kommen Abo okay ist die Fähigkeit um warum bin ich tot weil ich den Sünder und den Sünder getroffen hat er kommt es ein von der Schöne Aufford durch mich umgebracht ja aber die wird auf sich ja genau der Stein kommt immer wenn ich es will ich ihn jetzt wie muss ich das für die ganze Jahr ist nicht das so aber er hat noch ein paar Dinge so ist du gehst mal da nach oben ich gehe mal nach oben so da ja und da oben ist noch was dann Ruhe ganz oben hoch 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 und nach rechts rechts geht ja so geht es nicht könnte ich irgendwie versuchen wieder zu beleben ja eigentlich dahinten oder da war doch so ein wiederbelebt ding aber ja ja doch hier moment ist doch eins okay ja toll jetzt ja danke jetzt hat sie mich getroffen um eine Kiste die ich wollte das Teil so hier ist das nicht schön ja ja toll jetzt kommt die Kiste auch zu spät ja so ist halt nicht schnell schauen wir mal vielleicht komm ich da ja hoch ich war noch so 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 gut gut Knom oder Goblin oder was auch immer kein Problem ach fuck fick dich ich habe ich mir die Kiste auch in Kauf wollen naja bringt hat viel nochmal vielleicht kann ich mich hier hoch hier unter dir ist noch so ein trank okay will jemand hoch ja wir sind für alle hoch weil du uns dann da oben noch hoch schieben das muss so ich möchte ich treffe wieder den stein oder nicht nur springen scheiße das war einfach nur springen was macht jeder wie es wir spielen müssen jetzt stein springt springt und ja okay ja scheiße ich habe schon wieder so ein scheiß gnome wo dass ich hinter mir gewinnen gewinnen schwerkraft ist eine tolle sache war voll wenig schaden das geht so macht man das ja genau ja so weil nachdem ich 20 milliarden jahre und das ja so geschaffen ja genau wahrscheinlich so hoch doch man kann natürlich auch einfach den stein benutzen ihr schafft das schon jungen so ernstlich nicht so gut soll jeder kiste hierhin mit kiste muss die maus da ist die maus vor allem ich habe ich sagen wir sind hier vielleicht alle nach auch vorhanden einmal hoch bitte die immer das schon ist ich komme schon alleine zurück woher links genau passen ist so eine kiste sehr schön was ist da drin Prozent schauen wir doch mal nach du hast ein sammeln gemäne gefunden oh wie süß es gäbe ich will es nicht doch an sich jetzt bitte meine kiste hier nach unten da ja so jetzt wieder hoch zaubert kommt jetzt soweit nach unten dann lasst du nicht so weit fallen okay warte kannst einfach wieder so so ja jetzt hoch so 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 so